Es gab ja auch voll oft diesen Sling-Rucksack dabei, ich weiß nicht warum die keinen haben hatte. Wer ist das da? Ich fand das lustiger, dass der ist mit dem... Alter, der Typ... Oh, Granate! Alles rechts wohin, Alter! Oh, Idiot. Oh, ne. Alles ist da oben. Ich wollte nur nicht drücken, Alter. Vor allem, ich dachte mir so, das könnte ja sein, dass er einfach nur weggeworfen hat, aber ich wollte es nicht riskieren. Da hatte ich keine Lust drauf. Okay. Wäre so lustig, wenn wir auch mal gleich so gucken, nochmal sind wir zu 5 so am Rennen. Das wäre so lustig. Oh, hier links ist irgendwo einer, in den Busch. In den Busch hat er geschmucht. Sturz, oder? Halt die Fresse. Johnny, Mann. Ich hab mich so erschrocken, ey. Ich hab nur beim F1 gerückt. Ich war kurz davor, mein Magazin zu leeren in den Busch-Rennen. Er ist sofort, ne. Und er hat's doch getriggert worden. Das ist ne Kamera, hier kann man, glaub ich, extracten. Jaaa! Boah, hab ich den mal hingezogen, ey. Nein, du hast ihn! Nein, du hast ihn. Nein, du hast ihn. Danke,cl Sig. Und jetzt mach ich ihn. Wie gehe das denn?